Halli Hallüchen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Techint Vulkan mit dem Sammy und einer voll krassen Baumrubberfarm. So langsam läuft die echt gut hier also ich muss sagen ja doch in der Mitte hat immer ein bisschen viel die Harvester oh mein Gott echt jetzt super echt jetzt schon wieder doch da hinten habe ich immer noch ein Loch ich habe das nicht gestopft das habe ich das Loch nicht gestopft ich weiß es nicht ich kann mir ja und was ist mit euch manchmal auch glatt ja so einmal und zweimal komm her so echt jetzt wo konnten die alle her die potato so den baum hat man mit gesprengt ich weiß es gar nicht nicht ein bisschen wenig dort hat es da ist übrig aber gut okay dann haben wir das geschehen ein hier reparieren das wenig stund zu null dürfte ich hier habe ich auch kein mehr doch da unten liegt da hinten brauche ich auch noch ein bisschen kies gerade mit zwei stück vier stück glaube ich gerade bin ich echt so voll dann passt das dinge rausgehauen krass ich schmeiße jetzt sogar sublinge weg damit ich kiesern kann und ich verkürzen hatte ich noch so wenig aber so ändert sich das halt auch mit der zeit oder brauche ich glaube ich ein bisschen mehr hier wie war denn das hier so dass da war auf jeden fall so ja und das habe ich ganz mehr okay gut dann lassen wir das hier war ich dran und hier wollte ich den mass fabricator hinhaben aber da will ich erst ein paar mfs us weil gerade zum beispiel nachts da werde ich wahrscheinlich mehr strom mehr also wenn ich so weit ich zwei solar panels habe werde ich doppelt so viel strom am tag herstellen wie ich verpulvern kann bei einem mass fabricator wie habe ich den 99 ja nicht nicht die welt das heißt eine mfs kraften mir diese bitte so und dann gucke ich mal ich stehe schon fertig mfs tatsächlich habe ich alles da ein bisschen sinnloses zeug raus wie war das hier basalt habe ich eben nicht so viel aber aus cobblestone 250k kann ich wohl und einem medium stone medium stone kann ich graf herstellen okay basalt wer hat mir das gesagt wie denn da sechs zu eins okay ja alles klar sechs zu eins in dem fall ja krass man kann ich da ja ich mir ist dann noch basalt das jetzt aber er nimmt es nicht rein schade wäre cool wenn das gleich reinnehmen würde tut aber nicht aber ja das ist ja gut zu wissen würde ich sagen ich könnte ich mir dann auch herstellen ich brauche ihn vielleicht noch ok gut 500 stück ja ich glaube das reicht so sortieren wir das ganze hier mal ein bisschen was habe ich hier urani und sechs stück von denne keine von denne 150 von denne krass da kraft ich mir auch mal 64 stück dann habe ich wieder ein bisschen vorrat hey das ist voll stylisch dass das einfach so automatisch funktioniert natürlich 22 da müsste eigentlich aufhören aber vielleicht hat er doch nicht auf ok vielleicht habe ich ein bisschen was in meinem vorrat vertan 38 dann mache ich mir noch mal 64 ich brauche kein uranium an sich 40 42 wo habe ich denn wo habe ich denn den break dafür gesetzt für die teile krass ich bin etwas geschockt ok solar panel können wir auch gleich noch mal eins kraften so ein fettes gucken wie das abgeht gar nicht doch es geht ab wunderbar solar ich bin gerade etwas ja doch ja doch das läuft 23 natürlich sehr natürlich okay das lassen wir mal machen weil das braucht jetzt ja doch ein bisschen und ich wollte hier fix schauen ich glaube hier drin hier drin hier drin kraftig oh gott ja doch genau hier drin krafte ich mir die teile ich weiß es gar nicht mehr das kraftig mehr denn da da kraftig mir schon die doppelten und und was habe ich hier gesagt 24 stück ok 24 und dann ja okay ach dann tue ich das exportieren und unten habe ich die habe ich die die anderen rein aber für was habe ich da kode rein cool das für was brauche ich doch da gar nicht oder rein riche uraniumzelle doch aber uraniumzelle das ist doch hier die re-enrich das ist doch eigentlich hier ja das ist eigentlich hier das verstehe ich jetzt wiederum nicht da kommt das rein habe ich schon noch ein input habe ich in der hier wird weizen und brot gemacht das hat keinen effekt habe ich jetzt irgendwas umgestellt naja ich blick's nicht mehr auf jeden fall funktioniert aber irgendwie uraniumzelle ja und und körper ja hier bin ich jetzt hingekommen ich bin nicht darunter gekommen ach deswegen ok dann passt das alles dann lassen wir das so was mache ich mit der rein riche uraniumzelle die kann ich ja eigentlich hier reinschmeißen so uranium ja 20 stück habe ich bloß noch von dem aber er macht einfach weiter von dem macht er dabei oh gott ne nicht so viel noch mal uranium ich blick's gerade nicht so ganz nochmal 64 jetzt habe ich keins mehr er macht einfach weiter er macht unendlich viel weiter obwohl das gar nicht machen dürfte uranium aber doch jetzt hört auf nein hat schon wieder alle vertagen ok ich glaube ich habe mehr als mehr als genügend uranium das wollte ich gar nicht das wollte ich auch nicht medium stones wollte ich auch nicht ich wollte mir mein mass fabricator holen und einen import und export passt das kann ich aber und abbauen denn dann nehme ich auf jeden fall von hier mit weil der ist ja doch hat das überlebt ja er hat es überlebt in dem fall stand die ne hier stand die stromgewinnung ja eigentlich bloß noch bloß noch für für das hier da ja ja das ist das gut oder schlecht ich weiß es noch nicht so richtig ja gut lassen wir mal so im raum stehen video haben auch 102 sollte ich noch schauen wie schnell das ganze geht aber ja habe ich jetzt nicht atomkraftwerk ja so und dann einmal hierhin und den mass fabricator das werde ich mir erstmal hier so eine juju batterie station bauen ich glaube das werde ich so machen dass ich das hier zusammenfügen werde vielleicht hier so ne ich fange hier hinten an hier so habe ich hier den output und dann hole ich mir dann hier unten hoch und holt mir dann hier rein so und dann werde ich mir hier dann mass fabricator hinstellen beziehungsweise nicht stellen ich werde denn unten rein bauen oder dann kann ich von unten sofort die verkabelung machen und hier oben drin habe ich dann schön eigentlich nur noch die fabricator geschichte so das heißt wo muss der hin der muss doch er muss hier rein so müsste ich hin und hier unten ich weiß jetzt nicht was der hier oh ja genau das heißt ich hätte gern hier ein output ne hier so hier hin genau und ah ne so kann ich es aber gar nicht machen weil da kriege ich ja dann diesen ne der scrap muss von unten rein und der strom für den mass fabricator der muss eigentlich zur seite aber zur seite kann ich ihn nicht machen weil da habe ich ja hier wohl doch ich könnte ja ich könnte ja ich könnte ja so machen ach so legt hier die kabel so auf diesem weg hier so und hier hoch wird schon wieder dunkel und tatsächlich in dem fall gehe ich noch mal fix schlafen und dann wieder zurück und mache ich das jetzt ich gehe jetzt von unten sozusagen ans im esig stehen nicht so hier und dann komme ich von hier hinten sozusagen so in ne das funktioniert nicht warum funktioniert das nicht solar ist da mfsu ja habe ich habe ich nein 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 eigentlich war das schon richtig solar ist da okay solar ist da dann kommt dann kommt ich meine hallo hoppala ich meine ja ja gut okay so rum nicht das ist klar äh so rum wir raus aber oder so oder so das ist auch erstmal jetzt okay äh sehr eigen ich weiß nicht dann war das lag ähm output mach mal hier hin so und uah 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 so achso natürlich klar der output war hier und dann ging es natürlich direkt in mass fabricator rein und das weiß man natürlich wieder schlau so mhm mhm und dann brauche ich einen import einen export bus so und das hier mache ich mal weg ähm mit dem hier und irgendwo hier drunter ich weiß es nicht genau hier vielleicht oh ich bin zu gut perfekt da haben wir dann auch schon das was wir suchen ein bisschen zu viel dem dem guten so mhm dann gehen wir hier rüber hier machen wir wieder schön zu und äh wo ist denn jetzt mein kabel hier hier werde ich hingehen und jetzt bräuchte ich etwas gar aber gut das habe ich jetzt aktuell keinen und hier werde ich ähm ja ich glaube ich werde es von oben machen das heißt ich werde mir hier oben hier so auf dem weg so und so werde ich dann das juju wieder rausziehen 6% ich glaube ich habe schon den ersten fertig das ging eigentlich echt fix und wenn ich jetzt noch äh das mache ich hier noch hin wenn ich jetzt hier drauf das kann ich leider nicht machen vielleicht werde ich das werde ich das so machen ich weiß es noch nicht kann ich mich noch nicht so richtig entscheiden vielleicht mache ich da so ein klas block hin oder so ähm aber doch ich habe es gab sogar da perfekt in dem fall ähm sage ich hier und zwar das hier und dann muss ich mal schauen reicht das ja doch es reicht das ist gut in dem fall werde ich das so machen ja und in dem fall da haben wir dann auch schon unsere erste solar panel betriebene skar produktion juju geschichte die wahrscheinlich ein bisschen mehr abgehen wird als wie bisher hoffe ich doch zumindest ja da fühlt es sich gut und hier läuft es richtig fix ja ich glaube das läuft deutlich schneller aber in dem fall sage ich upala bis zum nächsten mal bye bye euer sami ja 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 ja